Gut angekommen sind sie, die beiden Segway-Fahrer aus Bad Kissingen. Mit einem Freund wurden die Segways von Bad Kissingen nach Lindau transportiert, um da die dritte Bayern-Tour mit Segways zu starten. Schnell ausgepackt, nochmal angeguckt, ob sie den Transportteil überstanden haben, die Elektrosicherung überprüfen und da stehen sie, bereit für die dritte Bayern-Tour von Lindau zurück nach Bad Kissingen. Das Hotel Stift, wo sie ausgesucht haben, ist bekannt für Segway-Tour, nun hat er Erfahrung mit Segway-Fahrern. Die Zimmer sind hell und freundlich und die beiden freuen sich schon auf die erste Nacht, aber zuvor wird noch richtig gegessen. Nach dem Essen wird noch Lindau kurz erobert, denn Lindau ist eine wunderschöne Stadt im südlichsten Zipfel von Deutschland. Lindau liegt südlicher geht's nicht mehr und natürlich in Bayern und mit seinem südlichen Flair wohl von kaum einer anderen Stadt am Bodensee zu übertreffen.